At the restaurant. Conversation in Germany. Im Restaurant. Hallo, ich bin Max. Es ist schön, dich zu treffen. Hallo Max, ich bin Anna. Freut mich auch. Vielen Dank für die Einladung zum Essen. Kein Problem, Anna. Ich dachte, es wäre schön, uns besser kennenzulernen. Was sind deine Hobbys? Ich liebe es zu malen und zu zeichnen. Es ist eine Möglichkeit für mich, meine Kreativität auszudrücken und mich zu entspannen. Und du, Max? Ich spiele gerne Gitarre und singe. Musik ist meine Leidenschaft. Ich bin auch Teil einer Band. Wir proben oft zusammen und treten gelegentlich auf. Das klingt aufregend. Ich habe schon lange nicht mehr Live-Musik gehört. Hast du Pläne für dieses Wochenende? Ja, ich treffe mich mit Freunden zum Fußballspielen. Wir haben ein Team und spielen jedes Wochenende zusammen. Es macht Spaß und hält mich fit. Und du, Anna? Ich plane, in den Park zu gehen und dort zu malen. Es ist mein Lieblingsort, um kreativ zu sein und mich inspirieren zu lassen. Vielleicht nehme ich auch ein Buch mit und genieße die Natur. Das klingt nach einem entspannten Wochenende. Vielleicht könnten wir auch mal etwas zusammen machen. Das wäre toll. Vielleicht könnten wir zusammen malen und dann ein Konzert besuchen. Was hältst du davon? Das klingt nach einem großartigen Plan, Anna. Ich würde gerne mehr über deine künstlerischen Werke erfahren. Das freut mich, Max. Ich bin sicher. Wir werden eine tolle Zeit haben. Ich bin gespannt. Vielen Dank. Mein Interessant ist, wenn du in der Stadt empfiehltest und aufgerüstt, gerne möchtest. Wenn du in der Stadt empfiehltest, solltesten und in der Stadt empfiehltest. Danke. Bis zum nächsten Mal. Danke. Nicht. Danke. 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 Vielen Dank. Vielen Dank.